Ich hab das vorher ganz vergessen zu sagen. Heute Abend wollen wir Partykelle beim Diego ein. Du musst unbedingt auch kommen. Aber das heisst noch lange nicht, dass man ihnen schöne Augen machen muss. Das muss ich mir echt nicht mehr länger ansehen. Jetzt habe ich genug. Melanie ist das alles Sinn. Melanie ist für immer vorbei. Mit dem Mund und Druck lachen wir wieder kurz. Wir warten viel. Das hat der Vater erfahrt. Er dreht durch. Das hättest du dir vielleicht ein bisschen früher überlegen sollen. Nein, das ist nicht Spaß. Sehst du, wo Opa steht. Ist etwas nicht gut? Katastrophe. Was denn? War meine Mutter da? Nein. Nein, viel schlimmer. Jetzt haben wir es. Ich hab ja immer gesagt, es kommt nicht gut. Ich kann bauen, dass auch uns beschenken wollen. Immer denkst du nur an dich. Es dreht sich immer alles nur um dich. Es tut mir leid, das war blöd von mir. Ich bin einfach völlig überfordert mit dieser Situation. Wir folgen. Wir folgen. Der Menschen gibt's bestimmt. Der Erbarmt. Über unserem Land. Über uns im Land. Und schenkt Hoffnung für die Generation. Für die Generation. Ja, hat jeder Schweizer ein Gewehr im Keller? Hey, Mehmet, komm ich geh noch mit anderen. Mit dem müssen wir nichts zu tun haben. Geht's noch? Ich will sehen, wie die anderen verdufteln. Nein, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Nein, nicht schlecht. Als vor wie möcht' ich Jenny kam. Es ist so lieb, dass ihr mich nicht versteht. Es kommt doch überhaupt in Gefahr. Geht das Licht weiter. Zu dem Menschen, der früht. Geht das Licht weiter. Schau dir noch zu. Denn für den Frieden kann man doch etwas tun. Ja, es wird ein Gäste. Ja, es wird ein Gäste.